Wir sind hier vor dem Klauselaufstart, alle Kiddies mit Nummern am Beschriften. Bald geht's los, es ist schon eine riesen Nervösität hier. Aber es wird schon gut kommen. Sandra ist auch schon fleissig am Filmen. Gell Sandra? Ja. Ja. Was machen wir? Wir filmen fleissig. Ja. Wir machen bald den Start. Es ist schon eine grosse Hektik, Nervosität. Sie haben die Nummern gekriegt, sie sind angeschrieben. Sie sind bestens wappnet zum Auslegen. Genau. Sie wollten zuerst nicht mehr über die Putzart überhängen. Gott, gar nicht. Wir mussten schon schimpfen. Nein. Nein. Sorry, nein. Nicht über die Putzart. Nein. Nein. Das konnten wir jetzt auch lösen. Mhm. Ja. Ja. Jetzt warten sie nur noch bis sie verbrauchen. Ja. So, und jetzt auch die Farben. Ja. Das ist lieb. Ja. Hallo. Hallo. Bist du das Maskottchen für heute? Kannst du euch schmerzen? Nein, du kannst dich nicht schmerzen. Aber siehst es auch voll aus. Hahaha. Du bringst uns sicher Glück. Vielen Dank.